Tatadaaa! Openair TV! Wenn eine Familie wäre, wer wäre das Name? Sie haben eine relativ interessante Konstellation. Ich würde sagen, wo uns der älteste ist, so wie die jüngste Gruppe. Das ist der Walti, der Landseiger. Sie sagen, es ist nicht mehr hart zu erwischen, aber ich sehe es auch. Das ist eine Die 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 Was haben wir vorher? Steve? Für mich. Für mich. Viele Minuten. Alle live. Wir haben mit den Coverbands im Schlotterband angefangen. Wir sind wirklich schnell. Das hat sich ein bisschen geindruckt. Ich bin da. Ich spiele noch in einer anderen Band. Ich bin da. Das ist die Kodowand. Ich habe mit dem H2-Franc gespielt. Auslöse. Kursnachler. Playbatch. Fank Factory, die wir jetzt an der Nulli-Häusling sind auch gekommen. Das war's. Was erwartet ihr vom Open Air Operierter? Wir brauchen noch viel Bier. Gutes Nacht! Wir haben sehr gute Köpfen gehört. Gute Fans? Ja, das kann ich nicht nur bestätigen. Ich habe immer gutes Essen gegeben. Ich hoffe, dass es schnell wett ist. Wir spielen in dieser Familie schon um 6 Uhr. Ich muss mich anheizen, dass es viele Dinge gibt. Dass sie von uns dort kennen werden. Auch die Leute, die nicht wegen uns dort sind. Aber wir wollen, dass sie viel auf den Geschmack kommen. Gut, du bist jetzt so vornbereit. Wir können hier nicht mehr so loslegen. Ich darf nicht... Wir können hier nicht unbedingt so ausgehen. wir wollen uns trump, dass wir nicht wieder mehr so gut sind. Wir können hier nicht weitergehen. Wir können hier nicht mehr lange arbeiten. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020